und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play dead by daylight mal wieder als überlebender mit zusammen wie man es unten schon sieht mit the ollie ann jön schon. servus. ist wieder dasselbe. halli hallo. okay er scheint ziemlich nah zu sein. er ist hinter mir und es ist der bärenhackende zahacker. jetzt konnte ich den gamer neighbor gar nicht vorstellen aber den kennt ihr inzwischen auch alle schuhen. ist der schon wieder hinter dir, oder? kaka. das letzte mal ist der basti ja voll gut gemacht und hat uns da die zeit erkauft. mache ich gerade übrigens wieder. wenn ich einen generator finden würde würde ich das dir damit danken dass ich... nein 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 jetzt hat er mich auch schützt. okay jetzt muss ich wieder irgendwie. ist jetzt generator time, alter. ich glaube ich bin direkt bei dem haken an den er dich bringt. nein 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 scheiße er hat mich ausgefixt okay an den stellen die ich hier hatte konnte ich jetzt nicht so gut. naja es kann nicht immer klappen ne. ja kein stress. ich war jetzt okay ich wollte den einen generator. er hat mich. 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 du minst weißt dass du jetzt da näher bist. aber ich wickel ihn gerade ganz gut. okay wird nicht reichen. okay er weiß dass du da bist. er wird jetzt wahrscheinlich auch davon ausgehen. halt bei mir. er bleibt jetzt noch stehen und legt wahrscheinlich direkt vor. er legt direkt vor mir eine bärenfalle aus. das heißt mich zu retten wird glaube ich nichts bringen. man wird wahrscheinlich direkt reintreten. außer er tritt natürlich selbst rein. ich finde nur. ich finde nur. ja jetzt sollst du hier rum. er kommt in deine richtung. er hat sich gesehen. wer auch immer da ist. hat sich gesehen. pass auf direkt davor ist eine bärenfalle und er sieht dich ja laufen. er rennt auf die andere seite wie er rückt. rüber ja. das. ja ich habe ihn gerettet. ja stimmt. du bist in die bärenfalle gelatscht oder. ja. also ein generator ist schon gemacht. er ist auch die gleiche map wie beim letzten mal. okay ich helfe mir ein bisschen mit. rüber ist er noch bei dir. mach grad direkt beim killer dieses ding. so vielleicht längst ihn ablauf. ja ist noch bei mir. ey mach noch die bärenfalle wieder dahin. er kommt zu dir. ich. ich bin aus der bärenfalle raus. ich muss weg. er rennt mir immer noch hinterher. ah. mir rennt auch einer hinterher. ach scheiße. mir rennt wahrscheinlich beide nebeneinander oder. ich weiß nicht. weil dann könnte einer mich heilen oder so. wenn er einer wäre. also ich habe gerade irgendwie. ihr seid da. voll die guten kamera. da ist ein heiler. ja also. shit nein. er hat mich. er hat mich. bleib dahin. bleib dahin. ich versuch. weil wenn er ihn ja. bleib dahin. was zeige ich denn hin. bist du schon tot. bleib da. bleib da. bleib da. wo bist du. wo bist du. da bist du. ja er bringt mich weg. du kannst komplett frei an ihn ran. ja. 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 lol. er kommt zu euch gerannt. ich häng hier ein bisschen am haken ab. er denkt wahrscheinlich auch alter gegen was für idioten muss ich hier spielen. er hat hier gerade ne klappe geöffnet. der kommt. der kommt zu euch. er kommt zu euch. ne ne. der rennt noch groß. ja. der hängt bei diesen. bei diesen ketten dingern rum. er ist. steht jetzt wieder bei mir. ja ja. der geht mit größere kreise. vor lauter lachen. verkack ich den generator. der ist um deine. ja. ich sehe ihn. ich sehe ihn. ich sehe ihn. aber der läuft mit größeren runden. jetzt. ich höre herzschlag wieder. ne. es liegt keine bärenfalle. da hat er keine zeit für gehabt. lauf 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 lauf. ich kenn. nice alter ey. ihr ey. die übelste mega action hier. nein er ist wieder hinter mir. er ist hinter mir. na verdammt. der wird sich auch. der wird sich auch denken was wir hier für ein blödsinn machen. das ist. du liegst doch auf dem boden. ne er trägt mich. ich bin am wickeln. und häng am haken. jetzt darf ich wahrscheinlich gleich strugglen. ja. der einzige den ich gefunden habe ist ollie. aber das ist der einzige. er liegt eine bärenfalle unter mich. dann kümmert euch um die generatoren. ich versuche nur zeit zu schinden. ja wenn ich einen generatoren führe. weil bei mir war es das jetzt. das bärenfalle liegt vor mir. und ich bin am struggling also. oh da habe ich doch gerade ein rennen sehen. kein generator ey. ja ich finde auch keinen grad. du bist auch auf der gleichen seite wie ich. noch mal entschuldigung für das ganze tastenklapper hier. weil ich mir immer noch keine. ja ist gut. immer noch keine. es gehört doch dazu. richtig. alter wo sind denn die generatoren ey. gibt sie überhaupt keine. ok ich bin tot. ok kommt die genie. ok kommt hier zu uns allen dreien alter. ja er ist direkt da. bam junge. jetzt kann er sich wenigstens nur einen aussuchen. den er. oh scheiße. den natürlich. natürlich würde er. so. ich mach den einfach weiter. so hier noch mal kurz die eigenen statistiken. lol ich sehe euch laufen ey. ich mach direkt an dem weiter wo er hingerannt ist. ist da in dem haus einer oben. ja da ist auch noch ein generator oben. sitz ich halt voll in der falle wenn der mich jetzt findet alter. ach der ist noch am bödern hinterher. ja der rennt. renn nicht ins haus bitte. was denn ins haus soll ich kommen. nicht nicht nicht. oh mein gott ernsthaft. jetzt verkack ich auch gerade. wir brauchen noch zwei generatoren. ja er ist noch hinter bödern hinterher. meiner ist so gut wie fertig. ja bleib einfach dran wenn. auch wenn du verkackst ist. ja er. ja er. ja er. ja er. er hängt beim bödern. er hängt beim bödern. wie lange brauchst du noch Olli? äh. hälfte. wixer. ich wollte ihn gerade so. ja. hier. was die trollen. bleib mal ein bisschen. bleib mal ein bisschen auf dem stand Olli. das wäre nett. wie weit? äh. dreiviertel. ja. ich glaube ich bin auch instantotisch. ja. ja. Olli mehr angaben bitte. ich seh die leiste nicht richtig. er ist fack. Olli ist fast fertig. ja. noch ein oder ein event wahrscheinlich noch. ne. kein. kein event. ja. scheiße. nein. alter ey. auf dem. auf dem nächsten millimeter. leute. ihr könnt mich deswegen so schreien. ich bin ja mitten auf dem. was. der trägt mich aus dem haus jetzt. ja. wenn du oben ins haus reingehst ist ein generator. da musst du nur einmal hin. oben im haus. ja. du musst nur einmal rb drücken. ja. aber er. hängt genau vorm haus. oh. fuck. ne. der rennt ins haus. der rennt wieder ins haus. ja. ne. er rennt hinter das haus. geh. geh. jetzt hat er mich gesehen. jetzt bin ich hier in der falle. drück einmal auf den. ja. nützt mir nichts. wenn er jetzt hochkommt bin ich am arsch. lol. dann. lol. ich bin hier. der hat keine bärenfalle ausgelegt. ja. da ist er. das war's. fuck. mann alter. so knapp. wenn er einfach rumschreibt wusste ich. ja alter. was soll ich denn sagen ey. ja der killer ist da. ich dachte du hättest du in der herratung nicht gepackt. ja was hättest du einen unterschied bei dir gemacht. ja. ja. dann wäre ich nicht neingerannt. ja du hättest auch nicht mehr müssen. aber wenn der halt da ist. was soll ich machen ey. na warte ich wickel mich vielleicht hier gleich hinten runter. ja. ja. boah. das ist dieses. das ist. ich habe auch die leiste nicht gescheit gesehen. weil es hier ja alles so dunkel ist. ja. ja wie gesagt in der falle ist man da oben. ja ich bin gleich. gleich bin ich tot. bleibt mir wohl nix anderes übrig. yes. ne. er wird wahrscheinlich zu dir kommen. ja es bleibt mir auch nix anderes übrig. irgendwie einen random generator zu finden. ja der ist bei mir. der oben im haus ist wie gesagt fast fertig. da musst du noch einmal dran. ich bin nicht hin. der geht davon auch aus. ja ich glaube auch. dass der davon ausgehen wird. ja der ist. wir haben noch Leute. von denen jetzt auf einmal her. shit. da haben wieder die Colts gefiltert. fuck alter ey. ja ist so knapp. ja ich habe gedacht der wäre doch bei Olli. er sagte ja der ist bei Olli. der steht hier und dann geht. ich habe heute die ganze zeit. Herzschlag gehört. ich bin tot. ja. Basti lebt noch. naja. naja. ich werde jetzt hier. ach scheiße ey. der hat doch hier gar keine freien Haken mehr eigentlich ey. doch hier doch. ah shit. doch der lässt mich runter. ja ich kann nicht. was ist die logik. wieso. ist das spiel nicht sowieso sofort. damit du das Wickelspiel nicht mehr machen kannst. aber löst. du speicherst. der trollt jetzt nur. der will einfach nur trollen. der will nur trollen. siehst du so ich habe gewonnen. lief das game. ich habe gewonnen. ey du kannst nicht. ja spaß. mach halt ey. nein das ist ein troller. das ist. der will jetzt so. ich habe gewonnen. guck mal. ich lass dich hören. jetzt. wahnsinn. endlich. loll. wurde zwar nicht einmal aufgehangen. aber trotzdem. ja du. als letzter stirbst. als letzter stirbst du immer sofort. ich hab meine lieben prozent noch. die prozent chance. tja spannend auf jeden fall. ja das ist immer so ganz knapp davor. das ist. voll alter ey. na gut. vielen dank fürs zuschauen. wir sehen uns beim nächsten mal. hauen sie rin. ciao. ciao.